Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Generation Zero Video. Heute wieder ein Waffenfundort und zwar von dem Werten Granatgewehr auf Stufe 5, also 5 Sterne. Und ich zeige euch, wie ihr das Ganze bekommen könnt. Vorher müsst ihr die Mission die Brücke haben. Diese bekommt ihr im Hauptquartier hier auf dem Teil der Insel. Das ist genau hier in dem Bunker. Dort müsst ihr halt erstmal die Code-Teile gefunden haben. Dort rein und dort die Missionen holen. Und dann könnt ihr hier oben auf die Brücke und das Teil finden. Dann, sobald ihr hier oben bei der Brücke seid, müsst ihr an diesen Punkt hier. Und dann seht ihr auch schon hier ein kleines Lagerfeuer. Und dort sehen wir auch schon die Waffe. Da müssen wir eben ganz schnell hinlaufen hier. Zack, zack. Ich hoffe nicht, dass uns irgendwelche Gegner entdecken. Auf jeden Fall hier in der Hand von dem toten Soldaten findet man dann hier das Teil. Und zwar das Granatgewehr. Mit der Stufe 5. Und ja, damit habt ihr auch schon diesen Raketenwerfer. Die 5er Stufe von dem hier, den ihr sicherlich schon lieb gewonnen habt. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg beim Nachspielen, bzw. beim Finden. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. und Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü